Mit all ihren Habseligkeiten warten diese Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze. Ihr Ziel, die Europäische Union. Seit der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Grenze zur EU geöffnet hat, versuchen tausende Menschen sie zu überqueren. Teils mit Hilfe von Schleusern. Die Migranten kommen weiterhin hier an. Es sind tausende. Schwer zu sagen, wie viele es genau sind. Tausende Menschen gehen hier durch, von morgens bis abends. Ich sehe das als meine Pflicht. Das Geld motiviert mich. Ich will, dass sie von hier weggehen, damit es mit der türkischen Wirtschaft bergauf geht. Das ist alles, was für mich zählt. Infolge der Eskalation des militärischen Konflikts in Nordsyrien öffnete die Türkei ihre Grenzen für Flüchtlinge, die in die EU gelangen wollen. Griechenland versucht seit Tagen, die Ankommenden am Grenzübertritt zu hindern. Wegen des massiven Andrangs hatte Athen die höchste Alarmstufe ausgerufen. Zudem will das Land keine weiteren Asylanträge mehr annehmen. Die Situation in dem Lager auf Lesbos ist nicht gut. Menschen kämpfen täglich miteinander. Das Essen ist schlecht und noch einiges mehr. Trotz massiver Kritik will Erdogan die Grenzen für Flüchtlinge weiter offen halten. Es sei nun an der EU, ihren Teil der Last zu tragen, sagt Erdogan. Bundeskanzlerin Angela Merkel nennt die türkische Grenzöffnung inakzeptabel. Das Essen muss nicht mehr nutzen. Zum Schlège geht das hinterher anfangsểcht. Das Essen ist gut. Das Essen muss nicht mehr